ja hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play far cry 3 und ja wir sind hier das letzte mal hier stehen geblieben genau und nun was ist die neue aufgabe hier wir müssen zu citra sollte ich doch sofort machen ja also das könnte eine etwas stillere folge sein werden noch ist sie noch nicht allzu still aber ich bin einfach extremst müde und ja war ein dienstag ist für mich immer der strengste tag in der woche ja da habe ich immer ziemlich lange schule hallo und muss auch über den mittag dort bleiben und so und jetzt muss ich auch noch ski ausleihen gehen und ja morgen wo morgen gehen wir mit der schule skifahren okay wie kommen wir vielleicht ja da lasst uns allein der krieger geht zurück aus dem reich der toten ich habe dir was mitgebracht es ist soweit es ist giftig für die schwachen nur der stärkste wird es überleben oh gott das spiel ist nicht für epileptiker so oh gott es brennt alles was hallo kommt da gar nicht hoch hä was 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 doch schlecht im Bogen schiessen! War's das schon? Hilfe! WTF? Wie soll das gehen? Einfach Hilfe! Schnell! Und jetzt? Hab ich ein Messer? Ja, hab ich. Tschüss! WTF? Das ist krank. Dieses Spiel ist doch einfach nur krank. Okay. So. Oder eigentlich schon wieder? Geh drauf! Wow! Dieses Spiel ist echt so etwas von krank! Fuck! 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 Weg! 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 Nein! Heil dich! Und jetzt? Noch nicht fertig? Wow! Renn! Renn! Schnell, Chasen! Hilfe! WTF? Fuck! Und weg! 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 Tschüss! Ich weiss gar nicht ob das getroffen hat. Ich hoffs mal. Fuck! Oh! Oh! Ah! Verdammt! Das hat getroffen! Ah! Verdammt! Nicht! Das auch nicht! Weg! 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 Nein! 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 Ah! Schade! Gut! 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 Ähm! Jetzt! Schiessen! 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 Komm! Nein! Nein! Fuck! In your face! Zwei Schüsse! Wenn's gut geht, kann ich... Po mal zwei Schüsse setzen... Po mal zwei Schüsse setzen... Ah! Pfff! Ah! Weg! Ah! Ich hab... Oh! Das war jetzt ein Glücksschuss! Nochmal! Nein! Nein! Kämpfe! Ja! Ich kämpfe ja! Ich kämpfe ja! Schnell heilen! Okay, ich denke, wir müssen hier hoch... Was wurde zu dieser Z...? Auch nachfass... Nicht! Nein! Oh! Oh! Ui Oh oh, ich glaube, das muss ich ausblenden Du bist ein Krieger Du lebst für den Kampf Wer gegen dich antritt, wird sterben Und hat es auch nicht anders verdient Du spürst das Tatao Du spürst den Dschungel um dich Du bist Rakyat Auf der ganzen Insel versklaven Vars und seine Piraten Die Körper und Seelen der Rakyat Unsere Waffen werden nicht ruhen Bis Vars zu unseren Füßen liegt Wir sind die Krieger der Rakyat Und ich führe uns zum Sieg Oh ja, gut Was jetzt Wenn die Quest fertig ist Dann werde ich jetzt hier Ein Cut machen Und das als Kurzer Part hochladen Mal Falls ja, falls es gesperrt wird Damit ich das einfach Reuploaden kann Und dann ausblenden Ich versuche es jetzt mal ohne Ausblenden und so Aber falls das nicht funktioniert Und ja, wir sehen uns gleich Bye Vielen Dank.